Das ist wirklich schön, wir haben es 21 Jahre lang versucht. Das stimmt nicht ganz, ne? Ich glaube, wir haben es mal... Ne, 21 Jahre, wirklich. 21 Jahre? Ja. Tatsächlich? Ja. Meinst du das jetzt im Ernst? Total. Okay, ich muss das nochmal nachrecherchieren, kann nicht sein. Mir ist irgend sowas wie drei Jahre anfragen oder sowas gewusst. Ich meine, wenn wir das nicht wüssten, also... Okay, ja, stimmt. Also, große Freude. Ja. Sabine, es gibt ganz vieles, was wir wissen wollen, was du inzwischen alles machst. Aber ich habe dich beobachtet jetzt bei diesem letzten Gespräch. Du bist ohnehin eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Aber bei diesem Gespräch hat man deiner ganzen Körperhaltung angemerkt, dass dich das hier besonders nahe gegangen ist. Darf ich fragen, warum? Ja, ich fand bisher, muss ich sagen, beide Gespräche sehr nahegehend, weil das ist eben etwas, was man persönlich erfährt. Bei mir war aber natürlich das Letzte, schon so, weil, aus zwei Gründen. Wir haben einmal, ich bin ja seit mehr als 30 Jahren UNICEF-Botschafterin, ich habe eine eigene Kinderstiftung hier, sehr lange schon in Deutschland. Wir arbeiten und müssen arbeiten immer mehr mit depressiven Kindern. Wir haben eine so hohe Zahl mittlerweile, ich will die 100.000 da nicht aufzählen. Aber an wirklich jungen Schülern, die schon sehr depressiv sind, ohne dass sie jetzt durch alle Medien gemobbt worden sind, durch alle Social Media. Woher kommt das? Woher kommt das, dass es so eine Volkskrankheit wird, die sich sogar auf die Kinder auswirkt? Und das Zweite ist, dass ich etwas anderes erlebt habe. Mein Vater war die Mendemann und auch dieses ist damals noch sehr schwer gewesen für Angehörige, wenn man nicht wirklich Hilfe hat und sich auch Hilfe aus solchen Büchern holen kann. Man holt ja alles hervor. Alles, alles. Alle persönlichen Gespräche, man versucht wirklich, wie schon sagst, alles dreht sich darum und in der Familie darüber zu sprechen. Und insofern, ja, gerade als das Wort eben schwer, habe ich auch gemerkt, dazu zu antworten, Erleichterung. Bei uns war es auch auf gar keinen Fall eine Erleichterung, sondern es war die einzige Erleichterung eben plötzlich, diese Angst nicht mehr zu haben, dass wieder etwas passiert. Aber wir haben ihn auch, ich sage mal, bis zum Schluss zu Hause behalten und alles selber machen wollen. Also es ist dann schon eine schwierige Zeit auch für die Angehörigen bei der Krankheit. Sabine, wir haben ja ein paar Rückblicke gesehen. Ich habe dich während deiner großen Fernsehkarriere immer um eins beneidet. Angeblich bist du einer von fünf Menschen in der Bundesrepublik, die vor Auftritten kein Lampenfieber haben. Du doch auch nicht. Och. Doch, Giovanni schon. Doch, Giovanni schon? Ja, geht ja auch offen mit um, darf ich sagen. Total. Wir haben beide immer, wenn wir da hinter diesem Vorhang stehen, gucken wir uns immer an und wollen nach Hause eigentlich. Cool. Und dann schubst uns irgendwer rein, dann stehen wir da und dann muss es irgendwie losgehen. Nach Hause, wenn die Aufregung klein ist. Okay, verstehe. Wie hast du das immer gemacht? Wie machst du das? Es ist ja nicht so, dass ich keine Anspannung empfinde, aber Lampenfieber ist ja das Gegenteil davon oftmals. Sondern man verliert eigentlich eine Konzentration, wenn man zu viel Lampenfieber hat, weißt du, wovon ich rede. Sondern eher diese positive Anspannung, sich nochmal zu konzentrieren, ist das Wichtigste dabei. Und das ist eigentlich etwas, das hat, glaube ich, jeder. Wenn man mal zu sagen, okay, wie läuft jetzt der Film ab? Aber nicht, dass ich jetzt eben zitternd auf die Bühne gehen würde oder so. Das habe ich komischerweise nie gehabt. Auch nicht, als du mit 29 die jüngste Tagesthemen-Moderatorin ever warst. Nein, habe ich nicht gehabt. Erstens war ich es nur noch drei Tage, dann war ich immerhin schon mit 30, die jüngste. Dagmar Berghoff hat das mal beschrieben. Du warst neben dir und dachtest, hey, was ist denn da los? Ja, Dagmar hat mich auch ein paar Mal gefragt, ob das dann so, oh ja. Aber ich glaube, ich habe da mehr dieses Gefühl gehabt, als die Entscheidung fiel. Und ich aus der Intendantenrunde den Anruf bekam, also der Entschluss sei einstimmig, ob ich es machen würde. Und man hört sich so sagen ja und denkt, nein, machst du nicht. Aber letztendlich habe ich mir gesagt, was kann passieren? Ich muss ja keinen Zug fahren oder Ähnliches, wo ich Menschen also nur wirklich zu Schaden bringen kann. Am Ende ist nur Fernsehen. Also das kann ich machen. Ich weiß Gott, das ist kein Zufall. Wenn ich heute so viele sehe, junge Leute, die sagen, ich wage etwas, ich mache etwas. Früher war das sicherlich ungewöhnlich, etwas zu wagen, aber zu sagen, okay, ich mache es. Und wenn es schief geht, gut, da habe ich auch eine Erfahrung gemacht. Es ist nicht schief gegangen. Es war dann noch zehn Jahre weiter, die Tagesthemen. Es lief dann mit beiden Kollegen sehr, sehr gut. Ja, aber es hätte natürlich auch schief gehen können. Davor darf man, glaube ich, keine Angst haben. Jörgen Friedrichs und Ulrich Fickert waren die beiden Kollegen. Genau. Und dann noch mal zehn Jahre Sabine Christiansen. Haben denn die Zuschauer schon alle gemerkt, dass du nicht mehr auf Sendung bist? Es könnte Menschen geben, die seltener reingucken. Vielleicht am Sonntagabend. Es kann natürlich auch Menschen geben, die in den letzten fünf Jahren in New York gelebt haben oder sonst wo es vielleicht auch noch nicht mitgekriegt haben. Ja, David Garrett zum Beispiel. Zum Beispiel. David ist ja auch da mal da. Das geht schon. Hast du selber mal erlebt? Es gibt natürlich immer so lustige Geschichten, wenn man jetzt im Flieger sitzt aus Paris oder so, dass Menschen es wirklich noch nicht so ganz mitgekriegt haben. Manchmal werden Sendungen auch verwechselt oder so und dann kommt jemand und sagt, ah, was gibt es denn morgen? Wer kommt denn? Ich sage immer, wohin? Ja, wohin? Na, wer kommt denn aus der Politik? Ah, bei Anne Will am Sonntag. Ist das in der ARD, Anne Will? Das gibt es dann sowas, ja. Oder dass eben jemand einfach sagt, Anne, das war ein Ehepaar, die sagten für einige Zeit, das ist aber auch schon drei Jahre her, na gut, jetzt ist die Sendung ja auch schon sieben Jahre her. Also ich habe sie schon drei Jahre nicht mehr gemacht zu dem Zeitpunkt, vier, und die kamen im Flieger und der Mann guckt seine Frau an, guckt mich an, guckt seine Frau und sagt, ich habe dir immer gesagt, das ist nicht live, weil das war ein Sonntagabendflug. Das ist nicht live. Das war aber schon drei Jahre nicht mehr live. Also war auch egal. Aber ich finde das immer sehr nett, muss ich sagen, weil so viele heute noch, wenn man sich dann, wenn man nebeneinander sitzt und sich unterhält, sehr viele immer noch sagen, was halten Sie denn davon, von der Politik jetzt und wie ist es? Und einfach ein sehr nettes Gespräch suchen. Ich muss sagen, wir haben tolle Zuschauer gehabt und das hat sich auch heute noch fortgesetzt und das finde ich sehr gut so. Also mit den Verwechslungen, das kann ich nur bestätigen. Ich würde zum Beispiel gerne mit Sandra Maischberger verwechseln. Da muss man ja schon viel Fantasie aufstellen. Nein, offenbar nicht. Nein, ich will es auch nicht. Ich meine, in der Sendung und während die Sendung lief, gab es natürlich in abgemilderter Form, als es es heute gibt, in deinem Chor des Hasses kamen ja verschiedene Politiker dazu zu Wort. Aber bei uns war es auch nicht gerade harmlos, wenn man sich um ganz bestimmte Themen gekümmert hat, war das schon arg. Wenn du so zurückschaust, hast du auch das Gefühl, dass du so wie wahrscheinlich alle Menschen auch in einigen Punkten doch sehr Kinder des Zeitgeistes waren? Also während deiner Sendung hat man ganz viel gesprochen über den Umbau der deutschen Wirtschaft, der deutschen Gesellschaft, des Arbeitsrechts, der Beschäftigungsverhältnisse. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch übertrieben war, was in deinen Sendungen häufig propagiert wurde? Naja, man muss immer sehen, es war die Zeit der Agenda und es war die Zeit der Änderung. Neoliberalismus. Genau, das war aber immer so entgegengesetzt. Ich meine, das war ja das Schöne daran, dass Herr Merz dann auch mit Herrn Lafontaine zusammensaß und das bei acht Millionen Zuschauern dann doch auf so großes Interesse stieß, weil es eben diese Polarisierung gab. Wir haben heute das Problem, dass ihr nicht mehr da ist. Aber wie ist dein Gefühl heute? Würdest du sagen, so im Rückblick, das war too much? Ich weiß nicht, ich kann es so nicht sagen, was too much war, weil wir uns von vornherein immer mehr als es die heutigen Sendungen tun, da waren wir etwas anders in der Ausrichtung, sehr stark eben auch um Außenpolitik gekümmert haben. Bei uns waren, ich weiß nicht wie viel mal Hillary Clinton oder Bill Clinton oder vieles andere da. Die auch noch übersetzt werden mussten, was heute ja ganz gefährlich ist, weil man könnte Zuschauer verlieren über den Prozess des Übersetzens. Das war mir egal, das waren gute Simultandolmetscher. Und wir haben darüber, glaube ich, nie irgendjemanden verloren. Und wenn wir dann alle Außenminister nochmal da hatten, so zehn Jahre Deutsche Einheit oder irgendwas, dann muss natürlich simultan übersetzt werden. Aber der Punkt war der, dass wenn man sich heute natürlich nur konzentriert auf deutsche Innenpolitik oder sagen wir mal zu 99 Prozent, dann ist es natürlich auch schnell ein Thema, sehen wir ja auch bei Einzelthemen, die dann das Gefühl vermitteln, oh je, es gibt nichts anderes mehr als das. Natürlich macht die Politik es auch dazu, dass es im Fall Maaßen oder ähnlich ist. Aber ich glaube, dass das Wichtige auch immer wieder war, zu sagen, wie sieht das Ausland uns und was gibt es an anderen Themen. Wie oft hattest du eigentlich Angela Merkel in deiner Sendung? Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Das war schon häufiger. Das erste Mal übrigens in den Tagesthemen. Als Herr Kohl sie sozusagen hervorzauberte, war sie in den Tagesthemen am Abend. Im Live-Interview? Das war noch eine ganz andere Frau Merkel. Sehr interessant. Du hast ja den Aufstieg dieser Frau in gewisser Weise auch bewundert. Ich habe dieses schöne Bild von dir auf den Zuschauertribünen des Bundestages, mit anderen Frauen, auch Friedrich Springer. Wir sehen es gerade da bei der ersten Inauguration, also der ersten Amtszeit, Wahl zur Kanzlerin. Wie empfindest du sie heute, wenn du mit ihr heute sprechen würdest? Gäbe es irgendetwas, was du ihr sagen würdest als Wunsch? Ich glaube nicht, dass ich das alles sagen würde, was ich hier sagen würde, was ich ihr sagen würde. Aber ich glaube, schade ist manchmal so. Was könntest du gerade noch rauslassen? Was könnte ich gerade noch rauslassen? Ich könnte ganz viel rauslassen. Also ich glaube, dass wir... Wart man nur mal zu. Nein, eben nicht alles, aber doch eine ganze Reihe. Es ist ja, glaube ich, immer wieder ein Zeitpunkt schwer zu finden, an dem, wir haben es ja auch bei Helmut Kohl erlebt oder wir haben es jetzt erlebt, wo man vielleicht hätte sagen können, vielleicht hätte ich schon mal bei Zeiten daran denken müssen, wer folgt mir mal nach. Da wir das ja nicht wie die Amerikaner quasi automatisch tun müssen, weil wir nur zwei dort, nur zwei Perioden zur Verfügung haben, sondern hier das auch länger gehen kann, ist es manchmal so, dass man vielleicht dadurch mehr gewinnt, und wenn man einen Unterbau schafft und Nachfolger schafft, die eine Volkspartei, sofern man das heute noch von Parteien sagen kann, bei der SPD sieht es ja auch ähnlich aus, es ist ja nicht nur ein CDU-Problem, wo ich dann auch wirklich aus einem vollen Topf schöpfen kann und sagen kann, hier ist eine Riege, die folgt mir nach als Ministerpräsidenten, als starke Politiker, die sich auch schon bewährt haben und vielleicht könnten die schon mal ran. Darf ich versuchen, das zu übersetzen? Also wie ich es verstanden habe, es wäre gut gewesen, wenn sie rechtzeitig Nachfolger aufgebaut hätte und vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo diese Nachfolger dann hätten... Na nun, das ist ja entschieden. Ist entschieden, das ist... Nein, nein, aber vielleicht wäre jetzt auch ein richtiger Zeitpunkt... Ich habe von vor der Wahl gesprochen. Vor der Wahl, also es wäre besser gewesen, vor der Wahl aufzuhören. Meiner Meinung nach wäre es eine gute Geschichte gewesen, aber ich habe eben auch gesagt, so etwas muss man bei Zeiten auch aufbauen, dieses ist natürlich auch aus den Parteien, das betrifft, habe ich eben gesagt, nicht nur die CDU, sondern auch die anderen. Wir haben ja heute das Problem, dass wir sagen, wo sind sie denn? Okay. Verstanden. Bei den Grünen? Nicht so sehr. Die haben jetzt gerade wahnsinnigen Frühling, ne? Und die Grünen haben guten Frühling, ja. Hast du mitbekommen, wie in Deutschland Macron bewundert wird? Ja. Und in Frankreich, glaube ich, nicht so ganz, ne? Nicht so ganz. Aber jetzt nicht mehr, anfangs ja schon, ne? Hat sich doch verändert. Bewunderung, die war immer sehr zwiegespalten. Es war halt derjenige, der am Ende übrig blieb, sagen wir mal so. Aber wurden ja nicht von vielen als Heilbringer gesehen? Sondern ursprünglich wäre die Mehrheit bei Fillon gewesen und nicht bei Macron. Also, dass sich eben etwas Neues aufbaut, das erleben wir ja immer wieder, kommt meistens erst dadurch, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Oder dass wir einen Desaster erleben oder eine Krise erleben oder ähnliches. Welcher Frosch würde denn sonst seinen Teich trockenlegen? Ich kenne keine Frösche, die das tun. Und deswegen ist es so, dass wir natürlich sagen müssen, okay, wie ist eine Krise von außen entstanden, aus der dann etwas Neues erwächst. So, und da haben ihm viele erst mal, sind ihm viele gefolgt. Es haben auch viele gesagt, okay. Aber es waren auch viele von vornherein, man ist, der Franzose an sich ist auch gerne skeptisch. Und hat dann gesagt, Reformen mag ich auch nicht so gerne. Mal gucken, womit er anfängt. Ja, und dann hat er angefangen. Da ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Da ist eine ziemlich schnelle, gewisse Ernüchterung eingetreten. Er hat natürlich auch versucht, so ein bisschen so eine Wollmilchsau zu geben nach dem Motto, ich kann alles. Ich binde den berühmtesten Umweltschützer des Landes in mein Kabinett ein. Ich mache dies gleichzeitig, bin gleichzeitig für die Industrie da und jenes. Da muss ich mich irgendwann mal entscheiden. Und der hat dann gesagt, also als Feigenblatt laufe ich hier nicht mehr für dich rum und ist zurückgetreten. Oh, das ist eine Haltung. Und diese Haltung, er war nicht der Einzige dann, der eben seine Haltung zeigt und sagt, dafür lasse ich mich nicht nutzen. Und sehr französisch ist ja, dass er angeblich 32 Köche hat da in Elysée. Nein, es gibt den alten Spruch, Frau Merkel, also vom Bundesrechnungshof her wahrscheinlich, Frau Merkel hätte ein Problem, wenn sie einen zweiten Koch einstellen würde im Bundeskanzleramt, dann würde man sagen, braucht sie das unbedingt. Und damals war das noch ein Sarkozy-Spruch. Sarkozy hätte ein Problem, wenn er einen seiner 32 Köche entlassen würde. Ja, genau. Elysée ist halt ein Präsident-Palle. Ein bisschen auch. Ein Palle. War schon immer so. Palle. Sabine, du hast gerade von deinem Vater ein bisschen gesprochen, deine Mami gibt es aber noch. Und ihr freut sich bester Gesundheit. Klopf auf, mit der verreist du sehr gerne. Und deine Mutter, habe ich gehört, hat dich neulich sehr überrascht, weil sie zwar nicht angefangen hat, Riccardo Simonetti zu verfolgen, aber sich sehr modernisiert hat. Oder bin ich da ein Gerücht aufgesessen? Nein, es ist aber nicht so ganz neu. Also jetzt ist sie 86, sondern mit 84. Vor zwei, drei Jahren war sie jung und ich bekam plötzlich eine E-Mail von meiner Mutter. Da dachte ich, komisch. Ich wüsste nicht, dass meine Mutter eine E-Mail-Adresse hat, aber ich bekam eine E-Mail. Und dann sage ich, na guck mal, was ist das denn? Dann habe sie gleich angerufen und dann sagte sie, ja, also ihre Schwester und sie, die beiden liegen nur ein Jahr auseinander, haben mal gedacht, sie kaufen sich jetzt ein iPad. Und da war auch so ein netter junger Mann, der hat gleich gesagt, ich zeige Ihnen zwei Stunden lang mal, wie das geht. Und nun war sie ganz begeistert. Vorher wollte sie gar nichts damit zu tun haben, hat sie immer gesagt, das hat dein Vater gemacht und da gehe ich nicht dabei und das brauche ich auch nicht mehr in meinem Alter. Und jetzt wird sie nur noch böse, wenn zum Beispiel mein Mann ihr wieder irgendeine SIP-Datei rüberschickt, die sie nicht aufkriegt, weil irgendwas ist oder so. Aber sie ist sehr begeistert. Ja, ist übrigens Zeitabonentin und ich weiß nicht, was alles dabei ist, weil sie sagen, Mensch, sonst müsste ich das alles, ne? Aber ich finde es toll, weil man kann wahnsinnig viel doch noch im Alter, also nicht nur in Kontakt bleiben natürlich, egal ob mit Enkelkindern, mit der ganzen Familie überhaupt, viel leichter, sondern eben auch gerade das Lesen, soll sie sonst jeden Morgen, wird sie nicht hinfahren, sich alle Zeitungen kaufen, aber im Internet die abonniert zu haben, ist wunderbar. Von den vielen, vielen Sachen, die du jetzt machst, welche machst du am liebsten? Du kannst auch ruhig sagen, Mallorca in der Sonne liegen. Das ist auch mal ganz schön. Der Wittliche, der kennt das auch, im Sommer haben wir das mal ganz gerne. Ihr trefft euch auf Mallorca? Wir treffen uns nicht auf Mallorca, wir wissen voneinander, der eine sitzt da oben und die andere sitzt da unten. Ja, genau. Ist ja jetzt nicht so eine große Szenen. Genau, ist ja jetzt nicht so groß. Ich glaube, dass die Tätigkeiten, ich habe dann ja absichtlich nach der Sendung gesagt, ich möchte nicht mehr weiter moderieren, eine Sendung machen, weil ich mich sehr auf das Geschäftliche konzentriert habe. Ich habe seit 16, 17 Jahren die eigene Produktionsfirma, wir machen sehr viel im Investment, auch im Start-up-Bereich. Ich habe dann die Aufsichtsratspositionen angenommen, die auch sehr viel Zeit verschlingen. Aber welche machst du am liebsten? Und dann 30 Prozent der anderen Zeit gehen halt für die sozialen Funktionen drauf. Jetzt gehe ich auch nächste Woche wieder nach Südafrika und weiter in Afrika und dann Anfang des Jahres nach Asien. Es ist für mich immer noch mit eine der wichtigsten Aufgaben. Diese soziale Tätigkeit. Okay. Schau mal, wir haben, wenn ich das noch hinzufügen darf, wir haben über den Fall Khashoggi ganz viel geredet, die Saudis drin sind. Wir reden aber so gut wie nie über diesen Krieg, den die Saudis im Jemen führen. Wir haben jetzt rund 500.000 Kinder, also 450.000 sind die offiziellen Zahlen, die sowas von akut vom Hungertod bedroht sind. Die Bilder möchtest du nicht mehr sehen. Das ist nicht das Schlimmste, was wir wirklich im Moment haben. Wir haben weit mehr, die stark mangelernährt sind dort, ca. 11 Millionen Kinder. Das kann nicht sein, dass wir eigentlich, sage ich mal, so schlimm der Fall Khashoggi ist und so furchtbar das ist und so unbegreiflich. Aber wir brauchen auch wirklich da manchmal ein klareres Wort auch der Politik zu sagen, das geht nicht. Warum ziehen sie Grenzen dort und warum ziehen sie Grenzen nicht auch da? Das verstehe ich nicht. Danke dir für dieses klare Wort und versuch mir zu versprechen, ich weiß, dass es dir irrsinnig schwerfällt, dass du die nächsten 21 Jahre auch nochmal vorbeischaust. Na gut, okay, versprochen. Vielen Dank.